Hi, this is the ultimative colloidal device hack, how to make in three to four minutes a device, wie man in drei bis vier Minuten ein colloidales Silberwassergerät macht. Let's start. Now, first put the head of this device 24 volt device away, okay start, then up-isolieren. This stupid cable is one inside the other, so this makes it difficult to take away and separate the plus and minus. So, so, this can also be used to use this device. We can also use this device. We can also use this device. So, we can see how this device is done. So, what we need is a 3,3 kOhm, 3,3 kOhm resistance. Now, we have to separate plus from minus, trennen plus and minus Kabel. Das ist das Schwierigste da bei diesem, dieser Art Kabel, wo eins im anderen drin ist. Leider habe ich kein Gerät, wo die Kabel nebeneinander geführt werden. So, jetzt hier noch wegisolieren. Voila. Hier sind wir mit der Zeit nicht so gut. Jetzt muss man das wieder isolieren. Voila. Dann, besser es sticken. Voila. Und, One more. you need this one so and we have almost finished now this we put the resistance on it you see how easy always until now very easy steps all easy steps everyone can do hello here I am I am nervous so it is not it is not voila screw and then this one here and this one here you can also turn anyway it doesn't matter it does not matter and this one here 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 to be honest 6 minutes Das ist zu lang. So, fast sind wir fertig. Prüfen, ob alles hält. Es sieht jetzt so aus. Von hinten so. Jetzt nur noch die Silberstäbe. Die Silberrotz. Und wir haben unsere Geräte. Und Schluss. Stop. Das ist so. So easy. Diese Kokuma. Lavazza d'Oro. Das ist ein sehr starker Energiespender. Kaffee mit Kurkuma. Kaffee mit Kurkuma. Ein sehr starker Energiespender. Prost.